Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Tipp der Woche. Die Munich Re hatte ja ihre Zahlen für das Gesamtjahr oder ihre Prognosen zuletzt bestätigt und damit ja eine neue Aufwärtsbewegung ins Rollen gebracht beziehungsweise beschleunigt. Sie sehen hier diesen diese große lange Kerze hier und nächste Woche kommen dann die endgültigen Zahlen am 8. November, also nächsten Dienstag und ich denke mal, dass wir im Vorfeld diese Hürde hier, dieses Hoch von September überwinden können. Wir sind nahe dran beziehungsweise schon leicht darüber und das würde Anschlusspotenzial hier zunächst mal bis 282 Euro schaffen. Die Kursziele, die liegen ja alle zwischen 300 und 310 von vielen Analysten, auch bei uns sehen wir durchaus 300 Euro als realistisch an und deswegen haben wir uns entschieden, hier mit einem Turbo-Zertifikat auf weiter steigende Kurse zu gehen. Und zwar von Morgan Stanley, die MD54 GL kostet aktuell 8,15 Euro. Das heißt, der Hebel liegt bei etwa 3,4, 3,5 und den Stoppkurs, den haben wir bei 6,95 Euro platziert. In der Vorwoche haben wir auf eine Erholungsbewegung bei den Sartorius Vorzügen spekuliert und man muss sagen, die Spekulation geht auf. Im Moment zumindest. Wir sehen hier nach den Quartalszahlen, die wirklich ja nicht so toll waren, ging es stein nach unten. Aber was auffällig war eben, dass nach diesem Abverkauf nicht gleich oder dass es sich nicht fortgesetzt hat, kein Test eben der Unterstützung bei 300 Erfolge, sondern die Kurse gleich wieder gedreht haben. Und deswegen, das wäre auch ein Grund für uns und der andere, dass die Analysten ja ihre Ziele überhaupt nicht angepasst haben. Die liegen weiterhin bei 480 bis 580 Euro. Und deswegen ja damals eben oder vor einer Woche eben die Entscheidung, hier auf eine Erholung zu gehen. Und wir sehen, dass der Schein sich gut entwickelt hat. 11,21 war eben der Empfehlungskurs, aktuell 12,70 Euro. Und deswegen sollte man den Stoppkurs auch auf Einstand, also 11,30 nachziehen und die Gewinne vorerst laufen lassen. Ich wünsche Ihnen damit weiterhin gute Kurse, auch natürlich mit der Munich Re. Würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.